So, meine lieben Leute, ihr seid auf der Suche nach einem innovativen Lichtset in einem absolut genialen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dann schaut mal her. Ich habe nämlich entdeckt und heute hier in der Gepa testet, das Second Wave 576er Lichtset von Second Wave, eine Marke von Schnittpunkt aus Köln. Das Ding liegt in einem absolut sauberen Preis-Leistungs-Verhältnis. Besteht aus drei Lampen und Stativen, sehr handliche Stative und dieser sehr handlichen Tasche, die man sich mal eben über die Schulter werfen kann. Die Dinger wiegen auch absolut gar nichts, haben alle drei Torklappen und einen separaten Diffuser nochmal vor den LEDs, praktisch hier mit Magneten zu befestigen. Ja, die Dinger sind ausgestattet mit 576 CRI 98 LEDs, Bicolor wie gesagt. Diese lassen sich hier auf der Rückseite stufenlos einstellen von 3200 bis 5600 Kelvin. Auch die Helligkeit ist hier mit dem Poti von 10 bis 100 Prozent stufenlos einstellbar. Ja, zu betreiben sind die Dinger auf Stativen mit den beiliegenden Netzgeräten, aber ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, die im Mobileinsatz hier mit den bis zu zwei NPF-Akkus, das sind diese obligatorischen Sony-Akkus, zu betreiben. Das macht das Ding eigentlich noch attraktiver, weil es auch für Semi-Profis attraktiv ist, die halt nicht unbedingt immer das Geld haben, sich diese teuren V-Mount-Akkus zu leisten oder kaufen zu können. Ja, also wie gesagt, die Dinger sind absolut genial, auch von der Hapticare, 255 x 255 mm groß und 35 mm Notiv. Das Set wird es in Zukunft auch nochmal mit einem 800er Scheinwerfer dazugeben für etwas andere Ausleuchtungen. Ich finde es genial. Der Preis ist der absolute Hammer. Das Ding kostet im Set nur 599 Euro plus Mehrwertsteuer. Das ist sensationell günstig. Ihr könnt das Teil auch leihen oder das Set auch leihen bei Schnittpunkt bzw. Thomas Nowara in Köln für 14 Euro am Tag plus Mehrwertsteuer. Wenn ihr es dann mit Akkus haben wollt, kommt dann nochmal ein Akkuset von 10 Euro dabei. Ja, ich würde sagen, ausprobieren und dann kaufen oder direkt mieten. Wie gesagt, die Dinger sind absolut genial. Von mir die absolute Empfehlung und ja, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg bei eurer Arbeit. Macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.